Ich bin Tashi Tachan, ich bin General Manager Hotel Parkheim Hamburg. Ich finde das Saubergasabkommen-Idee sehr gut und sehr toll. Ich finde es wichtig, dass jeder Teil der Gesellschaft in dieser Action teilnimmt. Sauberkeit ist universal, dass wenn eine Stadt sauber ist, wenn ein Ort sauber ist, hat immer dieses wohlführende Gefühl und darum ist es wichtig für die Touristenbranche, dass Hamburg eine sauberes Image darstellt.